Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier zu unserem Osterfeuer. Wir machen das eigentlich seit Bestehen des Vereins. Siebore SV 99, im Jahr 99, ja, hat sich die erste Badminton-Gruppe hier gebildet. Daraus ist jetzt ein Verein geworden mit über 300 Mitgliedern. Und wir haben natürlich nicht nur die Sparte oder die Abteilung Fußball, wo wir fast in allen Altersgruppen vertreten sind. Unsere erste Männer spielen ganz oben mit in der zweiten Kreisklasse. Die steigen wahrscheinlich oft in die erste. Ja, also ich denke mal, auch im Fußball sind da einige Erfolge zu verzeichnen. Ferner haben wir die Abteilung Reiten. Da sind wir auf dem Hof Pitzker in Dalgo vertreten mit unseren Reitern, Reiterkindern. Und dann haben wir die Abteilung Gymnastik. Da bieten wir auch Präventionssport an. Ja, und dann haben wir was ganz Besonderes noch bei uns. Und das sind unsere Jazzdance-Gruppen. Vielleicht zu unseren Fußballern. Da hat mir der Abteilungsleiter gesagt, soll ich noch ein bisschen was sagen? Wir suchen für die nächste Saison, weil wir ja nur immer wachsen, Trainer und auch Spieler für unsere Fußballmannschaften. Also fängt bei den Minis an mit vier Jahren und endet dann irgendwo bei den Männern und alle dazwischen, ist so fast alle dazwischen vertreten. Jetzt kommt da mal ein bisschen Lärmstück weg. Wo ist die Bühne gefl ? Wo ist die Bühne geflanz in die Bühne geflanz? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020